Ich an den Kackblumen. Und das liegt an dem Blumen. Ich an den Kackblumen. 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 Und dann bin ich gestorben. Ich muss mal endlich überleben und viele Kills machen. Ich an den Kackblumen. 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 Du musst ihn lassen, zu mir zu kommen. Ich hab zu wenig Mets. Du musst ihn lassen. komm doch endlich ich hab so keinen bock hier 30 jahre zu warten das ist so mein Bruder er kann ja 30 Jahre warten wie geht das so lange zu warten wie der zum Beispiel und dazu noch ein Pro sein der Typ kann einfach nur nerven ich höre ihn er kommt runter er kommt runter er kommt 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 ich hab dich mit meinem Tanzener angelockt gut er kommt er kommt schon mal das geklärt und dann ist er gekommen und wollte mich umringen ich kann doch alles ich kann das abwuchen das war der Plan dass er runterkommt das war der Plan dass er runterkommt er kommt 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 hat er ist der totale Megatod bestimmt hat er das verstanden das der totale Tod total tot aber hier ist auch Mut 25 Eisen Beste Leben So wenig Wow sofort abgeschwungen ist ab einmal angeschossen sofort dahin es ist auch ein Flugzeug wovor kämpfst du dich was ist da unten eine kleine leckere Vergasung komm her komm her jetzt hier rein ja, kann schon so 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 ich habe Glück es sind beide da oben das heißt ich kann mit dem Nude-Shop drappen nice ich habe Glück ich habe totales Glück ich kann mit dem Nude-Shop drappen totales Glück und noch die Minis oh lecker lecker Ich hatte die ganze Runde so einen Kack grünen Mock. Ich meinte, grünen Stuhlgeberg. Die ganze Runde. Die kann wieder Camping Fire. Genau sowas Unnötiges. Die ganze Camping Fire. Mal auch ein Jump-Pad oder so? Nein. Hier nicht. Ich hab grad nur Camping Fire. Ich darf schon öffnen, zack. Zack, fertig. So einat Leben. Kann auch stoppen, ich kann überleben. Überleben, shit, ich hab's geflüchtigt. Ich hab' ihn falsch angegeben. Ich hab' ihn falsch. Der nervt richtig. Ich hab' ihn falsch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018